Moin moin Leute und herzlich willkommen zum nächsten Destiny 2 Video zu den Federn im bleichen Herzen. Heute machen wir weiter mit den Federn im Gebiet die Blüte und hier könnt ihr auch wieder insgesamt acht Stück dieser Federn finden. Wer die Federn vom Gebiet der Absatz noch nicht hat, dem habe ich einmal das letzte Video dazu in die Videobeschreibung hinterlegt. Doch für dieses Video fangen wir jetzt erstmal direkt mit Laufwegen im Gebiet die Blüte an. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.